Wunderschönen guten Tag zum Uran-Update auf RohstoffTV. Uran atmet noch durch, aber für uns sieht es eher nach der Ruhe vor dem Sturm aus. In den Sommermonaten kommt es bei den Uran-Aktien normalerweise zu einer langsamen Korrentur. Einige Aktien sind um über 30% gefallen. Das eröffnet Chancen, denn die Aussichten für den Uran-Markt waren noch nie so gut wie heute. Der Tech-Sektor ist überwertet und erinnert uns an das Jahr 2000, als die Dotcom-Blase platzte. Aber das Licht am Uran-Horizont wird immer heller. Ein Zeichen ist die Übernahme von Fission UAM durch Paladin. Mitte Juli läuft die 60-tägige Ausnahmeregelung der Tenex und Mitte August die 90-tägige Ausnahmeregelung des Energieministeriums der USA aus. Nach diesen beiden Zeitpunkten werden die Märkte nicht mehr dieselben sein. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Einkäufer dieses noch nicht realisiert haben, was da eigentlich auf sie zukommt. Der Uran-Markt wird sich weiter stark verengen und die Defizite schlagen umso mehr durch. Wenn der Ausblick von Casal & Prom mit der August negative ausfällt, könnte es zu einer kleinen Panik kommen und die Preise schnell auf über 100 US-Dollar pro Pfund oder noch höher steigen. Wir können uns für 2024 Preise pro Pfund von 120 US-Dollar und 2025 von mindestens 150 Dollar pro Pfund sehr gut vorstellen. Wenn die Ausnahmegenehmigungen geklärt sind, wissen wir, wer im Spiel ist und wer in Schwierigkeiten steckt. Der längerfristige Vertragsmarkt wird weiter ansteigen und wir denken, dass der Spot-Markt im Mittelpunkt stehen wird. Machen Sie sich bereit für einen neuen Uran-Zyklus. Unternehmen wie Uranium Royalty, Uranium Energy, ISO Energy und COSA Resources machen absolut Sinn. Wir denken auch, dass Oklo, das neue Unternehmen von Sam Altman, dem Erfinder von JetGPT, mit seinem neuen Design von SMRs, Small Modular Reactors, die 2026 den Erstbetrieb aufnehmen sollen, eine großartige Spekulation ist. Wenn Sie das Thema Uran entspannter angehen wollen, sollten Sie sich Uranium Royalty ansehen. Das Unternehmen verfügt über rund 2,5 Millionen Pfund Uran mit einem Durchschnittspreis von 54,44 Dollar pro Pfund. Darüber hinaus hat das Management Vereinbarung zum Kauf von 1,3 Millionen Pfund U308 zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 65,25 Dollar pro Pfund und zum Verkauf von 350.000 Pfund U308 zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 63,80 pro Pfund getroffen. Darüber hinaus stimmt das Unternehmen den Kauf von 350.000 Pfund U308 zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 102,86 Dollar pro Pfund zu, was einem Gesamtkaufpreis von 36 Millionen Dollar nach Ende des dritten Quartals 2024 entspricht. Dies wird für das Unternehmen von großem Nutzen sein, wenn es in den Jahren 2025 bis 2027 oder auch sogar länger zu Versorgungsengpässen kommt. Wichtig ist auch, dass Paladin Energy berichtet hat, dass die Langer-Heinrich-Mine die Produktion wieder aufgenommen hat, sodass auch die Lizinzeinnahmen für Uranium Royalty fließen werden, da man 0,12 australische Cent pro Kilogramm verkauften Urans erhält. Das Unternehmen verfügt nun auch über eine neue Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen Dollar zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit. Cameco meldete eine Gesamtproduktion von 15,1 Millionen Pfund U308 aus Sigalake im letzten Jahr, ein Rückgang gegenüber den 18 Millionen Pfund im Jahr 2022, der auf Verzögerung und unerwartete Wartungsarbeiten zurückzuführen war. Wichtiger ist jedoch, dass Cameco davon ausgeht, dass Sigalake im Jahr 2024 18 Millionen Pfund U308 produzieren wird und die Lebensdauer von Sigalake bis 2036 verlängert wird. Außerdem wies Cameco im Jahr 2023 eine Produktion von 13,5 Millionen Pfund U308 auf McArthur River aus und rechnet für 2024 mit einer Produktion von etwa 18 Millionen Pfund aus McArthur River. Uranium Royalty wird von allen seinen Beteiligungen an den Projekten McArthur River, Langer-Heinrich und Sigalake natürlich deutlich profitieren. HC Wainwright hat ein Kursziel von 7,70 US-Dollar für die Aktie. Unser Bonificher-Chart zeigt einen fünffachen Boden um die Marke von 2,25 US-Dollar, der eine starke Unterstützung und ein gutes Einstiegsniveau darstellt. Unser erstes Kursziel bei einer einsetzenden Aufwärtsbewegung liegt bei 3,75 US-Dollar, gefolgt von 5 US-Dollar. Sollte sich der Uranpreis über 120 Dollar pro Pfund bewegen, sähen wir auch ein Kursziel von 7 bis 8 US-Dollar für die Aktie als möglich ein. Alle Informationen finden Sie natürlich auch auf unserer Commodity TV, in Deutsch und Englisch sowie rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like, aber vor allem über ein Abonnement unserer TV-Kanäle. Bitte beachten Sie den folgenden Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind Teil des SRC Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktionär der Unternehmen. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.